Hi Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Leute, wir haben einfach die 91 Abonnenten und Leute, ich danke euch einfach mega dafür. Wirklich mega. Nach einem Monat oder nach einem Monat und ein paar Wochen einfach schon fast 100 Abonnenten. Wow, ich hätte nie gedacht. Also für mich ist es einfach wunderschön und so viel. Und mega Leute. Und ich möchte heute auch etwas Kleines an euch verlosen. Und zwar an einen Frosch. Ich weiß, er ist zwar ultra selten, aber man kann ihn nicht mehr bekommen und ich liebe diesen Frosch einfach. Und den möchte ich an euch verlosen, Leute. Ich habe diesen Frosch einfach geliebt. Ich finde ihn so süß und ich weiß halt nicht. Und deswegen verlose ich ihn an euch. Und was ihr dafür tun müsst, ist einfach Hashtag Frock in die Kommentare schreiben. Dann macht ihr schon automatisch mit. Nach ein paar Tagen, wenn ein paar Leute dazugekommen sind, die den Frosch haben wollen, werde ich auch auslosen. Und dann wieder der Person schreiben und ihm geben. Und an ZLM Foxy. Ich habe immer noch einen Newborns Schneemann. Ihr müsst jetzt nicht denken, ich gebe die Verlosung. Aber er meldet sich nicht mehr. Und er ist auch nicht mehr in Roblox online, wenn ich online bin. Oder ich sehe ihn nie online. Deswegen, ja, auf jeden Fall, ich werde jetzt noch ihn, also die ganze Zeit bei mir behalten. Und wenn du dich irgendwann mal nicht mehr meldest, so ein paar vielen Wochen, dann werde ich ihn, ähm, halt nochmal irgendwie jemanden geben. Und ja, auf jeden Fall melde dich bitte doch mal, damit ich ihn dir geben kann. Ähm, und ja, auf jeden Fall, Leute, ich verlose einen Frosch an euch, wie gesagt. Und ich hoffe, dass es wieder euch gefallen. Macht gerne bei der Verlosung mit. Und ja, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.